Herzlich willkommen bei der LinkedIn Show mit Datenschmutz, bereits die 15. Ausgabe. Herzliche Grüße an die LinkedIn Dach Community da draußen. Rolling Strong, wie der Hip Hopper sagen würde. Unglaublich, was da in den letzten Tagen und Wochen abgeht und passiert. Gegen Ende des Monats bekommen wir jetzt endlich auch das erste LinkedIn Local in Wien. Ich freue mich sehr drauf, aber dazu später mehr in dieser Sendung. Worum geht es heute? Um das Thema KPI. Key Performance Indicators. Ein wichtiges Thema im Marketing spielt natürlich auch eine große Rolle im Online- und Social Media Bereich. Ganz besonders, wo hier ja alles so genau und penibel messbar ist. Im Laufe dieser Show, also einige Ideen, Ansätze zu KPIs auf LinkedIn. Was könnten da wichtige KPIs sein? Wie kann man sie messen? Ich habe im Vorfeld auch nachgefragt bei Kollegen und Kolleginnen, worauf die da besonderes Augenmerk legen. Ich habe eine kleine Sammlung gebaut und wenn Sie Ideen, Vorschläge oder Fragen haben, ich freue mich natürlich sehr über einen Kommentar während der Sendung. Auch wenn Sie keine Fragen haben und einfach nur Hallo sagen möchten. Kommentarformular direkt darunter. Und damit zum Einstieg ins Thema KPIs eine kleine Anekdote. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ja Kommunikations- und Politikwissenschaft studiert. Und KPIs waren bei uns, weil auf der Sozialwissenschaft nicht so unbedingt das große Thema. Und ich bin in meinem ersten Meeting gesessen und da hat jemand ständig von KPIs geredet. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Musste natürlich so tun, aber habe dann das gemacht, was halt der Internetnutzer in so einer Situation tut. Ich habe dann nachgegoogelt. Das habe ich heute auch wieder mal gemacht. Die Audioausgabe gab es damals noch nicht. Hören Sie mal zu. KPI. 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 Das ist ja auffällig, oder? KPI. KPI. Die sagt das schon so extrem leidend. Short for Key Performance Indicator. By setting KPIs, the company enables the team to make smart business decisions about the direction of all current projects. Das klingt ja mal sehr optimistisch, würde ich sagen. Und passt eigentlich gar nicht zu. KPI. 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 Klipfolio sagt dazu. A Key Performance Indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives. Die Definition stammt übrigens aus dem Oxford Dictionary. A Key Performance Indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives. Organizations use KPIs at multiple levels to evaluate their success at reaching targets. Nun, ich denke, das ganz entscheidende in diesem Satz ist der Begriff measurable. Wenn man nachdenkt über KPIs, also über diese messbaren Faktoren, die den Unternehmenserfolg beeinflussen, dann ist es natürlich schwierig, gewisse Softfaktoren da in Zahlen zu packen. Und die Frage ist immer, aus diesem Zahlenmaterial, das uns die verschiedenen Social Media Plattformen da in die Hand geben, was können wir damit anfangen? Was können wir daraus eigentlich ablesen? Ich habe mal versucht, eine kleine Übersicht an möglichen KPIs zu erstellen. Und zwar, das erste, was natürlich sofort mal auf der Hand liegt, sind diese Social Actions, die Zahlen, die uns die Social Networks eben selbst liefern. Man könnte auch auswerten, wie viele Kontaktanfragen angenommen werden, also sozusagen die Ratio der aktiven Kontaktanfragen, die Reichweite der Postings, wobei natürlich die Reichweite kein unabhängiger Faktor ist, sondern wiederum abhängig von den Social Actions. Also sozusagen eine dependente Variable, wie der Statistiker sagt. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen Softfaktoren, dazu gehören Image, Markenaufbau, Employer Branding. Das sind sozusagen Ziele, die man erreichen möchte, aber da ist dann die Frage, wie kann man die in KPIs packen? Wenn ich jetzt messen möchte, wie gut funktioniert oder wie sehr unterstützen meine Aktivitäten auf LinkedIn mein Employer Branding, was messe ich denn da? Da sagen die Likes relativ wenig aus, die Reichweite auch nicht unbedingt. Wäre dann vielleicht so ein Indikator, wenn ich einen Job ausschreibe, in wie kurzer Zeit bewerben sich wie viele Personen? Aber das dann sozusagen auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen, ist natürlich alles andere als einfach. Ich schlug Wasser zwischendurch. It's a dry air. Es gibt noch andere Dinge, die man abzählen kann. Business Messages oder Business Kommunikation war ein Vorschlag vom Engine. Sozusagen wie viel quantifiziert war, wie viele businessrelevante Nachrichten schreibe ich. Man könnte auch messen, wie viele Leads generiere ich oder in weiterer Folge, wie viele Conversions oder was das immer als Conversion definiert ist passieren. Das sind dann eigentlich schon so Faktoren, die kann man nicht mehr mit den LinkedIn internen Statistik-Tools erheben, sondern da muss man sozusagen große Excel-Disziplin wahren quasi, beziehungsweise muss da natürlich auch in der Lage sein, die Conversions, die passieren, dann auch ganz genau den Aktivitäten auf LinkedIn zuzuordnen. Da gibt es verschiedene technische Varianten dazu, UTM-Tracking-Links und andere Möglichkeiten. Das wäre auch eine Sache, die man in Betracht ziehen könnte. Und dann gibt es natürlich noch sozusagen die Hard Factors, Verkäufe bzw. der dadurch generierte Umsatz oder auch ganz spezifische Vertriebsziele wie Upselling oder Cross-Selling an bestehende Kunden. Oder man könnte natürlich auch ein Berechnungsmodell wählen, wo man den durchschnittlichen Lifetime Value, den Customer Lifetime Value einbezieht und sozusagen herausrechnet, was kostet mich eine Kundenakquisition auf LinkedIn. Aber was sind da genau die messbaren KPIs? Wir wissen ja auch aus der Customer Experience Journey, dass es sozusagen nicht einen Berührungspunkt gibt. Und das wirklich lückenlos zu tracken, das ist weit schwieriger, als uns manche Statistik-Anbieter glauben machen wollen. Es gab dann noch eine Antwort heute in den Kommentaren von Hakan, von Hakan Cengiz. Giro Konto, das trifft es natürlich ganz gut. Also sozusagen, was landet dann an Umsatz letztendlich auf meinem Konto? Aber auch hier ist wiederum die Frage, wie quantifiziere ich das und wie führe ich das auf die einzelnen Faktoren zurück? Wenn wir hier nun mal beim relativ simplen Thema Social Actions, Kontakte und so weiter bleiben, selbst das ist nicht so ganz trivial. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie posten Ihre Status-Updates und schauen vielleicht am nächsten Tag drauf, wie viele Likes, wie viele Kommentare habe ich bekommen, wie hoch ist die Reichweite, nehmen Sie sich ein Excel-Sheet her und tragen das ein. Dann müssen Sie diese Daten immer wieder aktualisieren. Und es gibt eigentlich kein externes Tool, das einem diese Arbeit abnimmt. Da gibt es jetzt ganz neu eigentlich am Markt Shield, nennt sich das. Und diese Software, diese Cloud-Software bringt eben Analyse-Tools auf LinkedIn. Ich habe mir einen Account gekauft und habe mir das Ganze mal genauer angesehen. Es sind ein paar sehr gute Ansätze dabei, aber insgesamt ist Shield durchaus noch verbesserungswürdig. Aber schauen Sie selbst, wie sieht es aus mit den quantitativen Statistiken? LinkedIn bietet da zwar einige Einsichten und Tools, die bekommt man allerdings nicht in aggregierter Form. Beim persönlichen Account müsste man jetzt dann sozusagen, wenn man diese Zahlen tracking und erheben will, wirklich pro Status-Update die Likes, die Views, die Shares und die Kommentare oder eben die Faktoren, die man jeweils braucht, in ein Excel-Sheet eintragen. Das ist das eine lästig und das zweite ist natürlich, dass zwar normalerweise die Lebenszeit von Postings im Feed nicht so lang ist, aber es kommt immer wieder mal vor, dass jemand das Profil besucht, dann auch die Postings anschaut und ältere Postings liked. Das ist ein gar kein so kleiner Anteil. Das müsste man auch nachtragen. Das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit und da ist, ich habe es in der letzten Ausgabe schon kurz bei den nützlichen Erweiterungen vorgestellt, möchte aber jetzt noch einen näheren Blick drauf werfen, da ist Shield-Up angetreten, um den Umgang mit LinkedIn-Analytics einfacher zu machen. Der Claim des Unternehmens ist auch bringing analytics to LinkedIn. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Service. Es gibt eine Testphase. Die Preisgestaltung ist auf den ersten Blick relativ harmlos. Es beginnt ab 10 Euro pro Monat. Dafür bekommt man eben Realtime-Reports, Historic Content-Overview, kann Content-Labels vergeben. Für, das haben wir uns jetzt geändert, für 20 Euro bekommt man Audience-Insights dazu. Vorher war da, bilde ich mir ein, auch noch die Pages dabei. Scheinen hier jetzt nicht nur enthalten zu sein. Und um 30 Dollar, Entschuldigung Dollar, nicht Euro, gibt es hier im Wesentlichen auch noch Insights für Post-Traction, Follower-Stats und vor allem den Export to CSV, den ich mir eigentlich auch schon in der Grundversion wünschen würde. Ich habe mir mal zum Testen diese 10 Dollar Version genommen. Der Workspace, wenn man einsteigt, sieht dann eben so aus. Und zwar, das Ganze ist auch auf Teams ausgelegt. Das heißt, es könnte jetzt ein Account-Administrator mehrere Statistiken verwalten. Ich habe jetzt nur die von meinem eigenen Profil. Und wenn man hier jetzt mal einsteigt, dann sieht man auf der Übersichtsseite die wöchentlichen aggregierten Statistiken, also die Views auf die Postings, die Likes, die Kommentare, die Engagement-Rate, die Zahl der Postings und die Active Users. Das ist in dem Fall sozusagen nur mein eigener Account. Und man kann sich diese Zahlen auch monatlich anschauen, sind bei mir nicht viel höher, weil ich es erst ungefähr eine Woche verwende oder einen custom eigenen Zeitrahmen eingeben. Ja, wie gesagt, viel mehr gibt es hier auf dieser Seite nicht zu entdecken. Und der zweite Bereich ist dann die detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Status-Updates. Wie man hier sehen kann, gibt es hier die Total Views und die Average Views pro Posting. Diese Liste ist im Prinzip hier so aufgebaut, dass das, da wird angezeigt, weil man in dieser Liste eben auch mehrere Accounts auf einmal anzeigen könnte. Der Titel des Postings, um welchen Typ es sich handelt, eben Bild, Video oder Text-Posting. Dann hat man hier die Möglichkeit, eigene Labels zu vergeben. Die Posting-Attribute wurden Emojis verwendet, wird auch ausgewertet. Welche Hashtags kommen drin vor, sind Links enthalten. Das Posting-Datum und die Uhrzeit, die Views, die Likes, die Kommentare und die Shares. Also diese Dinge, die man sonst selbst tracken müsste. Und die Engagement-Rate. Und hier bekommt man dann noch ein Posting mit etwas mehr Views. Eine grafische Darstellung der Entwicklung. Hier, das ist einfach nur ein Link hin zu dem Original-Posting bei LinkedIn. Und hier könnte man das nochmal resharen oder via E-Mail teilen oder eben den Link ins Clipboard kopieren. Grundsätzlich eine nette Sache, aber man merkt, dass es sich um ein relativ unfertiges Produkt handelt. Es gibt zwei Hauptkritikpunkte, die ich habe. Ich finde der CSV-Export, den nur in die Premium-Version für 30 Dollar zu packen, ist keine sehr gute Product Policy. Nämlich vor allem, wenn man eine Oberfläche hat, die eigentlich kaum Interaktionen erlaubt. Man kann hier zwar filtern, Entschuldigung, nicht filtern, man kann eben nicht filtern, man kann nur sortieren. Ich kann mir hier zum Beispiel die Postings mit den wenigsten oder meisten Views oder Likes oder Shares anzeigen lassen. Man kann hier... Eine Funktion, die ich sehr vermisse. Man kann die Labels zwar vergeben, aber beim Klick auf das Label passiert dann gar nichts. Ich würde mir natürlich eine gefilterte Darstellung wünschen, wo ich hier einzelne Labels auswählen kann. Das hier zu sortieren bringt auch nur begrenzt Mehrwert, wenn man mehrfache Labels vergibt. Und interessant wäre es halt jetzt zu sehen, beispielsweise eben meine Inhalte zum Thema Learning oder zum Thema Eventankündigung. Wie machen die sich im Zeitraum, diese Daten auch sozusagen dementsprechend eben gruppieren zu können. Das kann jeder, der grundlegende Excel-Kenntnisse hat. Und eben wenn das System das nicht bietet, dann hätte ich sehr gern diesen Export dabei. Das ist das eine Problem. Und die zweite Sache ist, dass hier in dieser Gesamtliste, aus der ja auch die Average Shares und die Interaktionsraten usw. errechnet werden, wird nicht unterschieden zwischen Gruppenpostings, ich habe die hier mal mit Gruppe gekennzeichnet, und normalen Postings im Newsfeed. Und wenn ich jetzt beispielsweise in einer Gruppe mit 10 Mitgliedern etwas poste, dann ist das irgendwie naheliegend, dass es da weniger Views und weniger Interaktionen gibt, als wenn ich dasselbe Posting in meinem Netzwerk mit 10.000 Kontakten veröffentliche. Und deswegen macht hier eine Average Rate auch keinen Sinn. Und deshalb wäre es umso wichtiger, Postings, wenn man das schon händisch machen muss, mit bestimmten Labels, eben hier mit Gruppe ausblenden zu können aus der Statistik. Das alles geht nicht. Ich hoffe sehr stark, das Shield hier noch nachbessert. Wenn nicht, dann bezweifle ich, speziell weil bis jetzt im System gibt es auch keine Monatsvergleiche usw., dann bezweifle ich eigentlich, dass der Mehrwert sozusagen des Copy-Basens tatsächlich den Preis dafür wert ist. Aber andererseits, Shield ist ja ein sehr, sehr neues Online-Service. Es ist der erste Versuch, eine Analytics-Oberfläche für LinkedIn bereitzustellen. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze in Zukunft noch entwickelt. Heute unser Thema, Key Performance Indicators für LinkedIn. Wie gesagt, ich glaube, ich werde noch davon träumen. Was messen Sie? Was haben Sie für Ideen? Es ist im Vorfeld der Diskussion dann noch die Frage aufgetaucht, was für KPIs mir besonders wichtig sind. Das ist natürlich ein Thema, über das man ständig nachdenkt. Und ich muss ehrlicherweise auch gestehen, Bettauernet Consulting hat keine mehrköpfige Statistikabteilung, keine Horde von sehr gut dressierten Primaten, die die Zahlen herumschupfen, keine Großrechner, keine Artificial Intelligence. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie groß ist der Overhead oder wie viel Aufwand möchte ich mir denn wirklich antun? Man beschränkt sich daher besser auf die wirklich relevanten Zahlen. Und ich muss sagen, für mich persönlich, die relevantesten KPIs sind eigentlich genau die, die LinkedIn ohnehin hier sehr prominent am Profil anzeigt. Den findet man da in Your Dashboard. Das ist zum einen, who viewed your profile. Wie Sie wahrscheinlich wissen, beim Premium Account bekommt man die vollständige Liste von Profilbesuchern. Aber mir geht es hier vor allem um die Zahl. Und wenn man da reinklickt, dann sieht man auch sozusagen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Tagen und Wochen. Also es geht wieder mal rasant abwärts bei mir. Das ist natürlich sehr, sehr interessant im Wochenvergleich. Warum finde ich diese Zahl so wichtig? Wenn Sie öfter schon mal zugesehen haben bei der LinkedIn Show oder verfolgen, was ich so poste, dann wissen Sie vermutlich, dass für mich persönlich mein LinkedIn Profil die wichtigste sogenannte Funnel Page ist. Warum jetzt jemand mein Profil besucht, ob er mich in der Suche gefunden hat, ob er über meinen Blog draufkommt oder irgendwie anders über eine Diskussion, das ist jetzt gar nicht mal vordergründig so wahnsinnig relevant. Aber das ist sozusagen meine Conversion Page. Und deswegen ist diese Zahl für mich sehr, sehr wichtig. Ich gebe zu, die Artikel Views, weiß ich nicht ganz, wie ich die einstelle, schätzen soll. Artikel haben ja längst nicht mehr diese riesige Verbreitung im Newsfeed, die sie anfangs hatten, als LinkedIn das Pulse Feature für alle geöffnet hat. Und dann gibt es hier noch diese dritte Kennzahl, Search Appearances. Und da ist natürlich auch nicht bloß, also auf der einen Seite natürlich schon die Höhe der Zahl interessant, aber auf der anderen Seite, wenn man hier genauer reinklickt, dann sieht man, where your searchers work. Okay, das ist, finde ich, noch begrenzt interessant. Aber sehr spannend ist natürlich, mit welchen Keywords man gefunden wurde. Also hier dieses Keywords, your searchers used. Speaker, Chief Executive Officer, Consultant. Wie kann man das beeinflussen? Indem man natürlich die entsprechenden Inhalte auf das eigene Profil stellt. Aber wie gesagt, diese drei KPIs sind für mich letztendlich die wichtigsten. Und damit meine Ideen und Betrachtungen zum Thema Key Performance Indicator. Wenn Sie noch Ideen haben, wie gesagt, ich freue mich in jedem Fall über einen Kommentar, Fragen und Diskussionen auch gerne im Anschluss. Und damit kommen wir schon fast zu den Status Updates der Woche, aber vorher noch mal einen kurzen Blick auf die Doggy Cam. Bula und Capri, herbstadäquat, relativ faulig unterwegs, aber natürlich immer voll motiviert dabei bei der Sendung. Und damit kommen wir zu den Status Updates der Woche. Und die wohl größte News in dieser Woche, Sie haben vielleicht einige Nutzer hatten, die schon im Betatest diese Services Box bemerkt. Das ist ein neues Profilelement, mit dem kann man eben eigene Dienstleistungen öffentlich am Profil anbieten. Nger Moyes, die Global Brand Marketing and Corporate Communication Leaderin, oder Leaderress von LinkedIn, die hat eben vor zwei Tagen gepostet, dass dieses Feature jetzt für alle released wird. Und offenbar gab es da auch ein Special, sie linkt ins Name, Up in Lights on the Burj Khalifa in Dubai. Auf jeden Fall der Punkt bei der ganzen Sache ist, und das macht das wirklich sehr, sehr spannend, ich habe auch diese Woche darüber geschrieben, dieses sogenannte Open for Business Feature, mit dem kann man, wie gesagt, einerseits die Dienstleistungen eintragen, ich habe es bei mir noch nicht aktiviert, dein Profil sieht aber optisch ganz ähnlich aus, wie diese Job Opportunities Box. Was das Ganze sehr, sehr spannend macht, ist nicht, dass man diese Services in den Newsfeed teilen kann, sondern, wenn man diese Box aktiviert, dann kann man zugleich auch von allen Mitgliedern kontaktiert werden. Diese sogenannte Open Profile Funktion gab es bisher nur bei Premium Profilen, ansonsten, wenn sie nicht mit jemandem vernetzt sind, dann konnten sie dem eben keine Nachricht schreiben, oder sie mussten dazu eine kostenpflichtige E-Mail verwenden. Das heißt, das ist eigentlich eine Riesensache, damit macht LinkedIn dieses Open Profile Feature, das ich für sehr, sehr relevant halte, zumindest wenn man kontaktiert werden möchte auf LinkedIn, allen Nutzern kostenlos zugänglich, ziemlicher Hammer. Und das Zweite ist auch, dass diese Dienstleistungen, diese Services in die LinkedIn Suche integriert werden, und wenn dann jemand beispielsweise nach der Dienstleistung Marketing Beratung sucht, dann werden ihm auch die entsprechenden Profile angezeigt, die diese Dienstleistung anbieten. Ein fantastisches, hammermäßiges Vertriebsdol für EPUs, Berater, Einzelunternehmer. Wirklich sehr, sehr feine Sache und ich freue mich schon sehr drauf, wenn das bei mir endlich am Profil freigeschalten wird. Soll in den nächsten Tagen für alle LinkedIn Nutzer passieren. Open for Business. Das ist eine gute Sache. Dann hatten wir in der OME-Gruppe Online Marketing Österreich Deutschland Schweiz. Auch hier freuen wir uns immer über neue Mitglieder. Ein Posting von Evgeny Sereda. Und zwar gab es wieder einmal eine groß angelegte Umfrage unter SEO-Profis. Die besten 14 Link-Building-Strategien der Profis in 2019. Ich sage mal so, die Bedeutung von Link-Building nimmt definitiv ab. Innerhalb der verschiedenen SEO-Signals ist es wohl so, dass Google immer mehr Wert auf die User-Signals legt. Doch natürlich ist eine, gerade wenn es darum geht, die Konkurrenz zu überflügeln, eine mindestens so starke Backlink-Struktur natürlich hilfreich. Also wird auch immer eine Disziplin bleiben, die weiterhin relevant ist. Und was spannend ist, diese Umfrage kommt eben von Samrush. Wenn Sie sich die ansehen wollen, da sind einige dieser Link-Building-Taktiken sehr, sehr detailliert erklärt. Und gute Lektüre für SEO-Füchse. Johannes Woll habe ich mit reingenommen, denn auch er nimmt teil an der 7-Day-Book-Challenge. Man präsentiert sieben Tage lang ein Buch und zwar ohne nähere Angaben zum Inhalt. Einfach nur mit dem Cover. Leseempfehlungen. Johannes ist von Irene Klubi eingeladen worden und präsentiert hier am Tag 7 The Strength of Weak Ties von Marc Cranowetter. Ich bin auch schon eingeladen worden zu dieser Challenge und werde dieser Aufforderung gerne nächste Woche nachkommen, aber aus, wie Ilkay vermutlich sagen würde, aus Redaktionsplanungsgründen alle meine 7 Bücher in eine Cover-Gallery packen. Und um Sie schon mal neugierig zu machen, wie Sie vielleicht wissen, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema psychologische Grundlagen des Marketings, Manipulationen und ich werde Ihnen einige Bücher aus diesem Bereich präsentieren. Robert B. Cialdini und ähnliches. Wo wir Irene gerade erwähnt haben, ich freue mich übrigens sehr, dass wir uns beim LinkedIn Local in Wien dann endlich mal persönlich kennenlernen werden. Die hat heute ganz frisch ihre Strategy 4 of 10 veröffentlicht. Sie publiziert regelmäßig Personal Branding Strategien auf LinkedIn und ihre Botschaft da ist Keep your personal brand voice and image constant. Auch immer sehr schön aufbereitet. Definitiv ein guter Tipp. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir auf jeden Fall alle 10 Tipps holen und auf jeden Fall folgen. Personal Branding, wie Sie wissen, ein riesen Thema auf LinkedIn. LinkedIn Marketing Solution hat die sechste Ausgabe des Sophisticated Marketer Quarterly veröffentlicht. Und zwar, ich glaube, das ist keine Untertreibung, wenn LinkedIn hier schreibt Essential Reading for All Marketers. Sieht so aus. Man kann über diesen Link übrigens kostenlos die Print Ausgabe bestellen. Es gibt das ganze Heft aber auch hier zum Lesen und in dieser Ausgabe The Data on B2B Video Tactics Growing with LinkedIn All the Tools You Need Das erinnert mich irgendwie an die Ausgabe von letzter Woche. How would David O'Gill be right at today? Und Breakthrough Research on the Role of Brands in B2B. Sehr, sehr spannende Themen. Ich bin gerade heute drauf gestoßen. Ich habe mir dann gleich die Print Ausgabe abonniert und muss das Heft erst durchblättern. Ist auch grafisch sehr, sehr ansprechend aufbereitet. Schöne Lektüre. Ja. Schöne Pflichtlektüre für Marketer. Nochmal LinkedIn Marketing Solutions. Ein zweiter Lesetipp. How to build a sophisticated Lead Generation Strategy on LinkedIn. Das ist ein ziemlich umfangreicher Artikel von Juni 2018 von Kelly Farrell. Entschuldigung, Juni 2019 hat in dieser kurzen Zeit nichts an Aktualität eingebüßt. Es geht darum um sechs Lead Generation Kampagnen, die wirklich gut funktioniert haben und jeder, der auf LinkedIn selbst Werbung schaltet, tut sicher gut daran, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Da gibt es einige Anregungen. Und damit kommen wir zum letzten Status Update der Woche. Ich habe es eingangs bereits erwähnt. Eine ganz besondere News. Dank Miroslav Bergl wird es am 27.11.2019 in Wien im 5-Sterne-Hotel Anders das erste LinkedIn Local Vienna geben. Die Tickets werden ab nächster Woche erhältlich sein. Es gibt Net-Worthing-Tickets, alle zum vergünstigten Preis, alle Informationen dazu im Status Update. Im Status Update. Die Links folgen gleich im Anschluss unter dem Video. Ein regulärer Preis ist 79. Das beinhaltet Abendessen, Getränke und es gibt Vorträge. In erster Linie ist es ein Networking Event. Keynote-Speakerin wird Dr. Ireneke Luby sein. Ich darf auch einen kurzen Vortrag halten. Ilkay wird dabei sein. Martin, ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das wird ein toller, hochkarätiger Event und wenn Sie andere motivierte LinkedIn-Nutzer aus dem Nachraum kennenlernen möchten, dann sollten Sie den nicht verpassen. Übrigens rechtzeitig noch vorm 27. November wird es auch hier in der LinkedIn-Show ein Interview mit Miroslav geben. Apropos, ab nächster Woche unser erster Interviewgast in der LinkedIn-Show. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich ganz besonders, dass sie Zeit gefunden hat. Eine der Expertinnen, Sie können mir schon mal raten in den Kommentaren, wer das sein wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Show. Capri hat sich auch zu uns gesellt. Capri, und was sagst du zum Thema KPIs? KPIs? Knochen, Knochen-Performance-Indicator. Nein, da ist kein Knochen. Die steckt sofort den Kopf in den Sand, wenn es um, aha, weiß man nicht genau. Naja. Hunde und KPIs, was soll man sagen? Ich danke herzlich fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wie gesagt, die Links folgen gleich im Anschluss unter dem Video. Nächste Woche, immer Donnerstag um 16.15 Uhr, die LinkedIn-Show live mit Datenschmutz. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und vergessen Sie nicht, morgen ist wieder LinkedIn Friday. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie dabei sind. Datenschmutz raus.